Komm ich zeig dir die Welt Strahle schimmern unherrlich Traum sei es nur wer sich seine Träume nie erfüllt Es gibt so viel zu sehen Flieg von Wunder zu Wunder Hin und her drüber drunter Von den Sternen eingehüllt In meiner Welt Kannst du die tollsten Dinge sehen Hier sagt dir keiner nein Und stärk dich ein Nimm dir deine Träume in deiner Welt Ist alles neu und wunderschön Ich bin dem Himmel nah Und mir wird klar Mit dir liegt eine neue Welt vor mir Hundert Wunder und mehr Voller neuen Gefühlen Steigen, taumeln, durchfühlen Wir die wolkenlose Nacht In deiner Welt In deiner Welt Riecht so viel Neues auf mich ein Ich flieg so weit und fern Schrei wie ein Stern Komm und teile neue Welt mit mir In meiner Welt In meiner Welt Dort sind wir frei Ein Ort so schön Nur für uns zwei Bei Bei An Einen Bei An Einen 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 Einmal Hallo! Hallo! Lass doch mal so schütteln! Guck mal! Eins, zwei, drei, vier! Alle haben geträumt! Und das ist für dich! Wer bist du denn? Komm, hier schütteln! Du freust dich, oder? Oh ja! Wie heißt du denn? Ich heiß Gelina. Gelina! Wie jung bist du? Ich bin elf. Elf Jahre! Ich glaube, du bist die, die sich am meisten strahlend und mit der körperlichen Ausdrucksweise über das gefreut hat, was dir gerade passiert ist. Vier Leute, die sich umgedreht haben. Du hast dir eine wunderschöne Welt geschaffen. Vielen Dank, dass du da bist. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall schon mal in den Battles. Wie toll! Wir atmen erstmal alle durch. Jetzt aber wirklich auf vier nochmal alle durchatmen. Eins, zwei, drei, vier. Ja, das ist so. Gelina, erzähl mal so ein bisschen. Was machst du denn, wenn du jetzt nicht gerade hier in so einer Fernsehsendung stehst und singst? Äh, spionieren. Spionieren! Das ist aber creepy jetzt. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Privatdetektiv mit einer Zeitung und Löcher und so. Mir macht es Spaß, ein paar Leuten hinterher zu gehen. Ui! Okay! Das mit dem Spionieren finde ich super. Ich habe nämlich zwei Töchter und die kleinere von beiden, die Poppy, die hat auch zwei Detektivkästen. Ich verstehe das total mit dieser Spionage-Geschichte. Ja. Das ist wirklich eine spannende Beschäftigung. Wenn sich einer mit jungen Detektivinnen auskennt, dann ich als Detektiv Daddy. Aber nicht letzten Endes haben wir uns natürlich aber auch alle umgedreht, weil du eine ganz tolle Stimme hast. Danke. Was total besonders ist, du bist ja richtig mit allem, mit dem ganzen Körper dabei. Das ist mega und deswegen kannst du auch die Töne so schön und stabil singen. Das hat uns alle richtig vom Hocker gehauen. Danke schön. Richtig cool. Weißt du was? Ich finde, du hast so eine schöne, so eine Strahlkraft. Das ist, wie du dich gefreut hast. Es ist total schön, so jemanden zu sehen einfach, weil wir direkt alle in so einer schönen und guten Laune waren. Du hast wirklich ein Geschenk in dir drin. Nicht nur in der Stimme, sondern auch in deinem Herzen. Du bist ein Diamant. Das ist unfassbar schön. Danke. Und ich bin so happy, dass ich bei The Voice Kids dabei bin, weil ich habe auf diesen Moment gewartet. Don't stop your crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around me. I will be here, don't you cry. Cause you'll be in my heart. Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forever. I will never know. I will never know. I will never know. It will never know. It's a little shoo-ba-doo. Yes, you'll be in... Yes, you'll be in. You'll be in my heart. No matter what they say. What they say. I will be here in your heart. Always. You'll be in my heart. Yeah, yeah, yeah. You'll be forever in my heart. You'll be forever in my heart. From this day on, now and forever. Jelina, ey, du merkst, wir geben alles. Wir geben alles für dich, wirklich. Aber wir haben genug gequatscht, glaube ich. Jetzt überlassen wir die Entscheidung mal dir. Hattest du schon eine Vorahnung, als du hergekommen bist? Äh, ja. Ich hatte schon mal eine Vorahnung, zu wen ich gehen wollte. Ja. Und, äh... Sieht das geändert vielleicht? Nee. Ah, gut. Schade. Ich gehe... ...zu Stefanie. Nein! So schön! Guck mal. Damit du auf jetzt immer weißt, in welchem Team du bist, gibt es einen. Der passt in einem Tag der Kaffee. Nur nicht für dich. Jelina, wir zwei haben eine gute Zeit. Ja? Einen großen Applaus, bitte, für Jelina im Team Stimphonien! Doppel geht. Jelina, ich freue mich ganz toll. Sag deiner Familie liebe Grüße, ja? Tschüssi! Wir haben es geschafft! Tschüssi! Guck mal! Haha! W